Ich würde sagen, wir besuchen Gerontius, weil was sollen wir sonst machen? Die müssen uns ja sagen, was wir bauen sollen. Ich kann jetzt nicht hier schon mal fünf Häuser bauen und eine epische Küche und so. Wir müssen ja auch noch ein paar Sachen freispielen. Eine epische Küche können wir, glaube ich, noch gar nicht bauen. Wir brauchen erstmal Leute, dann müssen die uns erstmal sagen, was die denn so ungefähr haben wollen und dann können wir weitersehen. Auf jeden Fall haben wir gesehen, wir brauchen in dieser Welt Stängel. Deswegen nehmen wir hier nochmal sechs Stängel mit. Abgebrochene Äste sollten wir einige haben. Wir gucken, bevor wir zu Gerontius gehen, erstmal in die Höhle hier rein. Umsehen werde ich mich später mal. Ich werde, ja, ich werde gucken, irgendwie mich zumindest privat irgendwie umsehen hier auf der Insel, weil jetzt, die sieht schon sehr großflächig aus. Nicht, dass wir was übersehen. Wir nehmen natürlich hier direkt die Handvoll gelben Blütenblätter. Ja, die nehmen wir auch mit. Nicht alle, vielleicht gibt es ja hier auch wieder eine Schaufel und wir brauchen irgendwas. Hier sind ganz schön viele gelben Blütenblätter. Was, was, ähm, Männchen? Ein toxischer Torf. Äh, ein Block fauligen Torf, der in der Nähe von stinkenden Sümpfen abgestochen werden kann. Bonuspunkte plus null, also brauchen wir nicht unbedingt, okay. Wo führt uns... Ja. Schön. Sehr schön. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Wir haben toxischen Torf. Wir können giftige Steine platzieren, die keine Wohnungspunkte geben und nur unsere Bewohner, die gerade genesen sind, direkt wieder krank machen. Erde brauchen wir natürlich trotz alledem immer. Vor allem jetzt, weil wir, wir müssen ja noch alles bauen, ne? Also logischerweise, natürlich brauchen wir Erde. Und dann brauchen wir auch irgendwann Ziegel und so. Dafür brauchen wir aber erstmal eine Schmelze und was weiß ich nicht alles. Das heißt, wir werden uns jetzt natürlich erstmal nur wieder für den Anfang auf Erde, auf Erde versteifen können. Ähm. Tja, ich hoffe, der Typ ist nicht sonst wo in Timbukestan. Hier ist eine mehr offene Fläche. Ein Futterpilz. Vielleicht finden wir ja direkt auch ein schönes Geschenk irgendwie. Da ist nochmal so ein Ding ins Bumsen. Da. Oh, na gut. Oh, was? Oh. Ähm, 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 ähm. Jetzt wo... Scheiße. Scheiße. Äh. Den müsste... Den könnte ich jetzt wahrscheinlich nach Hause... Oh nein. Nein, nein. Oh nein, 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 nein. Was? Oh nein, was tue ich hier? Ich könnte jetzt schlafen, natürlich. Ähm. Äh. Ja, aber... Oh, scheiße. Ich soll den wahrscheinlich aber jetzt noch nicht nach Hause bringen. So. Ach, da auch noch. Chana baut einen Raum, das ist gut. Wir gucken mal. Hier liegt eine in krakeliger Handschrift verfasste Notiz. Die Quelle des Giftes, das dieses Land befleckt, lauert nicht weit von hier. Wenn ich diese Bestien nur besiegen und ihr Herz der Finsternis beschaffen könnte, so wäre ich vielleicht in der Lage, die Wirkung des Giftes zu lindern. Doch ich fürchte, dass kein Mensch es vermag, den klotzigen Kriecher zu bezwingen. An dieser Stelle endet der Text. Offenbar ist er erst vor kurzem geschrieben worden. Den klotzigen Kriecher. Ja, gut, was soll ich machen? Ich muss... Wenn ich jetzt hier... Ich nehme den Typen... Natürlich nehme ich den Typen jetzt mit. Das ist ja... Vielleicht habe ich dann einer Quest vorgegriffen, aber das lässt sich nun mal nicht ändern. Wir können den ja nicht einfach hier verrecken lassen. Vielleicht das nächste Mal komme ich und dann ist der tot. Das wäre... Das wäre doof. Vielleicht müssen wir den ja auch gar nicht nach Hause tragen. Vielleicht stirbt er jetzt ja automatisch beim Reden. Es fühlt sich an, als würde mein Körper in Flamme stehen. Ich... Ich glaube, ich kann nicht mehr. Versprich mir, dass du mich begraben wirst. Und schreib, hier ruht Kati auf meinem Grabstein. Shanna findet Kati. Oh, scheiße. Ach, du Kacke. Oh, nein, 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 nein. Okay, ich weiß jetzt nicht. Habe ich jetzt ein Quest, wenn sie stirbt? Hier ruht Kati, was ich da draufschreiben soll. Oder kann ich sie retten? Ich habe keine Ahnung. Oh, mein Gott. Bitte stirb nicht. Und was ist das, Mann? Oh, hoffentlich kriege ich nicht auch die Pest. Hätte ich mal nicht angesprochen. Kati! Ich bin doch schon so schnell es geht. Das sieht gar nicht aus wie ein Mädchen. Oh! Schnell! Sie muss ins Bett. Sie brauchen einen Heilkraut. Haben wir dabei? Das ist gut. Die Frage ist natürlich, ob die überhaupt eine Heilkraut braucht. Vielleicht braucht die auch ein Gegengift. Problematisch wäre es jetzt, wenn ich die quasi erst hätte finden dürfen. Wenn der Typ, den wir gleich finden sollen, irgendein Gegengift herstellt und wir die damit heilen können und ich die jetzt gar nicht heilen kann und die jetzt im Bett verreckt. Wie unipisch wäre denn das bitte von mir? Ich hätte mal wieder... Oh, scheiße. Ich hätte auch mal wieder speichern sollen. Ja. Äh. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Gekochte Bonbonen. Oh mein Gott. Das geht. Äh. Ne. Lass mich einfach schlafen. Was? Was brauchen die jetzt? Äh. Ach, hier. Hä? Okay, wir lassen die jetzt erstmal schlafen. Hier, mit dem quatschen wir jetzt. Morten. Hurra, ich bin wieder ganz der Alte. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich wusste gar nicht, dass die Seuche heilbar ist. Ehrlich, ich war mir sicher, dass es ein Todesurteil wäre, sich damit anzustecken. Als ich krank wurde, dachte ich, es wäre nur eine Frage der Zeit, bis ich ins Gras beißen würde. Der Gedanke, dass ich mich davon erholen könnte, kam mir nie. Hahaha, wie hätte ich ahnen sollen, dass eine Nonne mit einem engelsgleichen Antlitz und eine Erbauerin mit einem Kartoffelgesicht mich gesund... Ich töte dich, Alter. Ich schmeiß dich gleich wieder zurück in den Giftsumpf. Du bist brillant, Shanna. Und trotzdem schmeiß ich dich zurück in den Giftsumpf. Ihr beide seid es. Habt ihr was dagegen, wenn ich hier bleibe? Ich weiß einfach, dass wir gut miteinander auskommen werden. Ach ja, hier. Das ist für dich. Es ist nicht der Rede wert, aber es ist das Mindeste, was ich dir zum Dank für meine Rettung geben kann. Shanna hält ein Lebenssagen. Äh, eine Quest hat er. Wisst ihr, wisst ihr eigentlich... Wenn ich das hier alles so sehe... Wenn ich das hier alles so sehe, wie ich hier die Menschen einfach alle rette... Baue ich direkt nochmal eine Stromatratze. Benutze den Lebenssamen. Da wir die eh verlieren, werde ich die diesmal nicht so aufbewahren vielleicht und baue noch einen dritten... Noch einen dritten Bett. Genau, einen dritten Bett baue ich. Zack, zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Und dann, der da hinten geht's gut, die will jetzt erstmal schlafen, das heißt, die kann da bleiben. Und dann geht unsere Suche nach Maximilian, äh, nach Maximilian Geronimo, oder wie der Name hieß, weiter. Hier, falls ich mal wieder Feuer brauche, brauche ich auch nochmal Willeber irgendwann. Und später habe ich wahrscheinlich keine Lust mehr, euch zu töten, also mache ich es direkt jetzt. So, jetzt lasst mich überlegen. Wir haben, wir haben die Höhle gemacht, haben ein bisschen gelbes Zeug gefunden. Dann waren wir an dem Haus, haben uns quasi einen weiteren Schlafplatz eingerichtet, haben noch ein Büchlein gelesen. Das hier haben wir jetzt nicht umgerüstet zum Schlafplatz, aber das ist auch so nah an unserer Behausung dran, dass ich das eigentlich auch gar nicht will. Aber es war doch noch... Da, da war noch eine zweite Höhle, genau. Genau, es tut mir leid, in die Höhle müssen wir auch nochmal rein. Wir dürfen hier keinen Bonus übersehen. Und dann, dann gehen wir aber wirklich zu Geronimo Mortale. Hier oben ist nichts außer Erde, die wir schön abbauen könnten, muss ich sagen. Das hier sieht wirklich nach sehr schöner Erde aus. Yeah! Ja, das, 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 das befriedigt mich schon. So, den Typen haben wir gerettet. Oder die Frau, keine Ahnung. Kati ist jetzt eigentlich nicht so der Männername, wenn ihr mich fragt. Und gab es hier hinten ansonsten vielleicht noch was hinter der Butze? Natürlich die Dinger. Seht ihr, wir, unsere Boden sind nämlich schon geschrumpft. Geschrumpfen. Die, oh, die, oh, die Anfangsinsel hier, die ist wirklich groß, ne? Die ist auf jeden Fall größer als unsere Cantlin-Anfangsinsel. Einmal in die Höhle und dann zu dem Typen. Oh, es wird dunkel. Es wird dunkel. Aber wir werden ja wohl auch irgendwo hier mal ein Geschenk, Geschenk finden. So, ich dachte eigentlich, das ist Sand, was ich hier kriege. Aber das ist alles Ton-Erde. Oh, Mann. Beim letzten Mal die ersten, die ersten Höhlen, in der wir in Cantlin waren, da war, glaube ich, die Weltkarte drin. Da war ein Schatztruhen. Da war unendlich viel Kohle und all so ein Schwachs... Ach so, ja gut. Auf der Anfangsinsel gibt es ja keine Kohle. Auf der Anfangsinsel gibt es ja keine Kohle. Das gibt es ja dann erst nach dem ersten Portal. Baumwolle. Baumwolle brauchen wir. Ich sehe mehr Baumwolle. Und ich sehe einen Bogenschützen. Oh ja, ja, oh nice. Baumwolle ist sie best. Die droppen nur Äste. Die haben was gegen mich, ja. Ich habe gesehen, da war noch mehr Baumwolle, aber... Geht gerade nicht. Bohnen. Wir müssen mal wieder aufrüsten. Oh, lecker, schmecker Würstchenkette. Wo ist da denn jetzt, der Typ? Versteckt er sich hinter der Baumwolle? Oh, Schanner. Was? Scheiße. Da ist der Typ. Scheiße, Schanner ist vergiftet. Lässt die Vergiftung auch irgendwann nach? Das ist jetzt die Frage, die sich mir stellt. Scheiße. Nein, Alter, leck mich doch. Scheiße, Lässt. Oh ja, super. Das ist der Vergifter-Penis. Penis? Was wollte ich sagen? Der andere ist egal. Der vergiftet nicht. Der... Oh nein, verpiss dich, Mann. So, die Heil selber haben wir wiederbekommen, die wir eben missbrauchen. Alter, du kleiner Gnome, Alter. So, uns geht's wieder gut. Der Typ hat ja alles, der hat alles für sich beansprucht, das Arschloch. Heilkräuter müssen wir mitnehmen, brauchen wir ja um die Typen. Oh nein, 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 voll ist scheiße. So, hier, Alter. Oh, scheiße, ich hab auch keinen Platz mehr. Äh, ja, hier, jetzt hab ich wieder Platz. Okay, Alter. Oh, wer bist du? Dein Gesicht hab ich noch nie zuvor gesehen. Werde ich auch um dich trauern, so wie ich um die verlorene Seelen trauere? Trotz all meines Wissens über die Heilkunst konnte ich sie nicht retten. Ja, ich bin Gerontius, aber wer in aller Welt bist du? W-w-was? Du bist die Erbauerin? Und Ines hat dich zu mir geschickt. Hach, wenn das so ist, verschwendest du deine Zeit, junges Fräulein. Ich bringe nicht mehr den Willen, auf ihr zu helfen. Ich muss noch jemanden zur Ruhe betten, aber ich habe nicht einmal ein einfaches Totenzeichen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Bitte lass mich einfach allein. Jetbot. Shanna findet heraus, wie man einen hölzernen Dreizack herstellt. Ein bescheidenes Grabmal, das an ein Leben erinnern soll, das gelebt wurde und endete. Okay, das ist, glaube ich, hier so etwas der Räuferschnitt. Oh, was haben wir hier? Och, nee. Freunde. Das kann ich hier gar nicht bauen. Soll ich jetzt zurück... Soll ich jetzt extra nach Hause... Oh, Alter, was? Nein. Ach so, doch, die Blütenblätter konnten wir noch nehmen. So, jetzt, ich glaube... Okay, ich glaube, Baumwoll-mäßig geht es uns jetzt ganz gut. Heilkraut-mäßig, aber zumindest etwas. Und jetzt... Ich muss jetzt echt zurück, um den... Ach so, ach so, dem fehlt ein so ein Ding. Hier sind schon welche drauf und eins fehlt ihm. Und ich kann das hier nicht bauen. Die Truhe kann ich jetzt leider auch nicht öffnen, weil ich keinen Platz im Inventar habe. Ach, Freunde. Es tut mir doch leid. Ich bin so dämlich. Meine Arbeitskollegen sagen es mir auch immer. Ich bin bekloppt. Oh, hier haben wir noch... Oh, hier haben wir noch mal reichlich. Tja. Was willst du machen? So, ach so, wir müssen auch schon wieder fast bald essen. Oh. Wir essen aber erst zu Hause. Hier finde ich ein bisschen gefährlich. Bitte schieß nicht mit Feuer. Ich weiß gar nicht, ob die das konnten. Ich glaube, das war erst die zweite Entwicklungstufe, von denen die Feuer schießen konnte. Tja. Blü, 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 blü. Ja, sorry. Alter, wo willst du hin, Alter? Lass mich in Ruhe. Nonne. Hilf mir. Ines. Iris. Ines. Ich weiß es nicht. Der schläft in meinem... Bett. Toll. Ganz toll. Nein, ich will nicht... Oh, nein. Nein, 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 nein. Und jetzt lass mich schlafen. Sehr schön. So, ein weiterer Morgenbrich an. Falls es hier auch die... Den Erfolg für 20 Tage gibt. Ich glaube... Ähm... Das wird nix, Freunde. Ich glaube, das wird nix. Aber ich will ja auch nicht durchraschen. Ich will ja alles so machen, wie man es halt macht. Ist da Bescheid? Baumwolle haben wir einiges. Das ist gut. Äh... Heilkrautblatt weg. Bonbonen kommen in den anderen rein. Tonerde kommt hier. Das kommt hier. Das kommt hier. Das kommt hier. Gut, gut. Was wollte ich machen? Ach so, ich musste so ein Ding herstellen. Ach so, und ich wollte futtern. Ah. Oh. Oh, ja. Köst. Köstlich. Gegengiftkraut, bitte. Okay, Freundin. Das kann ich noch nicht. Dafür brauchen wir dann den Bekloppten. Dafür brauchen wir dann den Räuferschnitt. Ähm. Machen wir mal hier. Und dann können wir aber auch mal... Ja. Können wir auch mal hier ein bisschen was machen. Zack. Sechsmal, dass die hier aus unserem Inventar verschwinden. Wo wir... Hä? Wo habe ich denn die weißen Dinger her? Hey, habe ich nicht gerade alles abgelegt? Ach, das habe ich im Kampf. Habe ich das gerade im Kampf? Hä? Sorry, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade die weißen Blüten herbekommen habe. Ähm. Wir brauchen... Wir brauchen... Einen hölzernen Dreizack. Ein bescheidenes Grabmal, das an ein Leben erinnern soll, das gelebt wurde und endete. Da reicht uns einer. Zack. Und dann brauchen wir nochmal... Wir brauchen nicht, aber wir stellen nachträglich schon mal her nochmal 10 Seile. Weil wir die hier öfters brauchen werden, so wie es mir den Anschein macht. Zack. Keine Ahnung, warum du hier bist. Weiche von mir, böser Geist. Materialien, Bauplan. Block, 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 block. Pflanze, Schatztruhe, Material. Cool. So, wir haben das. Wir haben das Seil logischerweise weg. Die Bonn... Och, die Bonn-Bohnen müssen logischerweise auch weg. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich hab sie nicht mehr alle. Ich besorge dir dein Gegengift. Wahrscheinlich kriege ich erstmal die Quest, dass ich den Typen finde. Die hab ich dann natürlich direkt erledigt. Und danach gibt's dann die Quest, den damit zu heilen. Das hab ich dann quasi auch schon so gut wie erledigt. Ist doch geil. Okay, vielleicht schaffen wir's doch in 20 Tagen. Nice. Nein, ich glaub nicht. Wir haben jetzt schon über ein Viertel und wir haben wahrscheinlich nicht mal 10% von dem Kapitel hier geschafft. Obwohl, doch, doch 10%, doch 10% könnte vielleicht schon sein. Wie gesagt, ich hab ja in Cantlin gesagt. Da hatte ich mir natürlich vor dem Kauf Dragon Quest Builders zwei Videos angeguckt vorher. Aber nach Cantlin weiß ich nix, wusste ich nix. Hier ist alles blind für mich. Ich wusste auch nicht, wie das Gebiet hier aussieht. Ich mag's natürlich lieber, wenn die Gebiete hell und schön und grün befruchtet sind, wie in Cantlin eben. Das hier ist jetzt nicht so ganz mein, ja, Metier. Aber dadurch, dass wir jetzt hier so ein verpegtes Gift-Tümpelgebiet haben, steigt meine Hoffnung immens, dass die kommenden Gebiete nicht mehr Gift-Tümpelgebiete sind. Dass es dann schön wird. Auf der anderen Seite lässt es mich ein bisschen fürchten, weil hier teilweise natürlich auch noch grün und fruchtig und saftig alles ist, dass eventuell danach doch dann noch komplett entfruchtete Gebiete kommen. Das weiß ich nicht, aber das werden wir herausfinden. Wie bin ich denn da vorhin hochgekommen, verdammt? Oh, nee. Die verfluchten Bogenschützen. Bin ich von der Höhle da? Da, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Das sieht gar nicht so verkehrt aus, Freunde. Ähm, ähm, ja, komm. So, der Eichnolz-Knüppel, der hat sich einfach mal so aufgelöst eben. Äh, ausrüsten. So, wo ist denn unser guter? Da, da, da war's. Und wahrscheinlich erwartet er jetzt von mir... Wahrscheinlich erwartet er jetzt von mir, dass ich das hier mache. Schon erfüllt Gerontius' Auftrag. Und dabei... Alter. Dabei hat er mir nicht mal einen Auftrag gegeben. Alter, lass mich. Oh, nein, nicht schon wieder. Mist. Jetzt habe ich... Ich hoffe... Oh, scheiße. Ich möchte eigentlich kein Heilkraut dafür verwenden. Ich würde lieber Heilsalde verwenden, aber gut. Wir können ja... Wir können aber, ehrlich gesagt, wieder einiges an... Ähm... Hallo? Oh! Wir können ja wieder einiges an Dingsbums herstellen. An Heilkräutern, deswegen ist es nicht so tragisch. Die Bogenschützen, die sind schon etwas doof, muss ich ehrlich sagen. Die sind schon etwas doof. Aber jetzt ist es erstmal wieder gut. So, Alter. Hm. Du hast also selbst ein Totenzeichen hergestellt. Wie? Anscheinend bist du wirklich die legendäre Erbauerin. Was für Flausen hat dir dieses Mädchen nur in den Kopf gesetzt? Bestimmt hat sie dich dazu überredet, ihr beim Versuch zu helfen, die Epidemie auszumerzen, nicht wahr? Hör auf mich, Jun... Hä? Hör auf mich, Junges Fräulein. Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen. Er gehört zur natürlichen Ordnung der Dinge, die man akzeptieren muss. Der Mensch ist die einzige Kreatur, die sich nicht entblödet... Jo, die sich nicht entblödet, zu versuchen, dem Tod zu entfliehen. Kommt dir das nicht töricht vor? Geradezu absurd? Hm. Du meinst also, es wäre das, was uns zu Menschen macht? Nun, zumindest bist du wesentlich klüger, als du aussiehst. Na schön, dann gehen wir eben in deine Silo. Ich will erfahren, wie gründlich du und Ines euch diese Sache überlegt habt. Gerontius schließt sich der Gruppe an. Na, dann kann ich ja dein Geschenk hier mitnehmen. Oh, nein, 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 nein. Scheiße, den Baum stumpf, den wollte ich eigentlich gar nicht. Ich lass, natürlich machen wir hier das hier nicht weg, ja. Das wäre jetzt Grabschendung. Das Lagerfeuer lassen wir auch hier stehen. Aber den Rest, den brauchen wir alles. So, dann teleportieren wir uns mit ihm direkt zurück. Natürlich eine Sekunde kurz gucken wir hier. Was hat man da? Ähm, ähm. Es ist ja noch nicht dunkel. Solange es hell ist, können wir ja hier hinten kurz mal rumgucken, weil... Äh? Weil... Warum nicht, ne? Und da es hier so viele gelbe Blumen in den Höhlen gibt, werde ich das Gefühl nicht los, dass Gerontius die will. Vielleicht für das Gegengift direkt. Eine Wandleuchte haben wir noch nicht, aber will ich auch gar nicht grad so... Ach so, ja, auf der Schadlinsel, da kann es ja auch gar kein Kupfer oder so, ja, und sowas geben. Aber natürlich könnten wir hier trotzdem eine Kiste finden im Startgebiet, wo irgendwas Tolles drin ist. Es ist nicht gesagt, dass wir davon nix finden dürfen. Was zum Teufel? Ja. Tschüss. Okay, das funktioniert auf jeden Fall. Das ist der klotzige Kriecher aus dem Buch, den wir gelesen haben. Und der soll anscheinend... Äh, der soll laut dem Buch das Gegenmittel erschaffen können für... Für... Das Gegenmittel für die Seuche stand, glaube ich, in dem Buch drin oder nicht. Aber natürlich, äh, ja. Ich glaube nicht, dass wir jetzt mit Holzstock und Reisegewand dazu, äh, dafür gewappnet sind... Ah, nein! Dafür gewappnet sind, den zu besiegen. Es tut mir leid. Damit es sich lohnt, nehmen wir die letzten hier auch noch mit. Zack, bumm, und dann aber weg hier. Schi-Mehrenflügel. Ja. Nein, da oben war noch was. Scheiße. Da oben war noch ein Gefängnis oder so. Hey, 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 hey. Hey, wir haben Gironzius hergebracht. Wow, oh yeah, sauber. Oh, du bist der King, Shanna, du bist der King. Äh, die Queen. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Wenn wir gleich wieder eine Belohnung kriegen, müssen wir natürlich erstmal... Zack, dumm. Äh, ja, den wollte ich leider gar nicht mitnehmen. Das war jetzt in Versehen. Jetzt haben wir hier drei Schatztruhen. Meinetwegen. Hm, 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 hm. So, hier, ich hab wieder mal was getan. Bei der großen Hürde in dem Himmel. Du hast Gironzius tatsächlich zu uns zurückgebracht. Er bezweifelt, dass wir die Seuche bekämpfen sollten. Bestimmt hat er was davon gegrummelt, dass es sinnlos sei, sich dem Tod zu widersetzen. Hat er dir auch einen seiner weitschweifigen philosophischen Vorträge gehalten? Das sieht ihm leider ähnlich. Mach dir nichts daraus. Gironzius ist ein Kräuterkundler und besitzt seltene Kenntnisse darüber, was Krankheiten verursacht und wie sie geheilt werden können. Doch ohne die Fähigkeit, etwas herzustellen, konnte er dieses Wissen nie umfänglich nutzen. Aber du bist ja Bauerin. Mithilfe deiner Schaffenskraft könnte man all die Wundermittel, von denen er bisher nur träumen konnte, tatsächlich fertigen. Shanna, mein Engel. Unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt müssen wir alle zusammenarbeiten, um diese grässliche Krankheit zu besiegen. Mische komplett fünfmal weiße Blütenbeter. Jijijijijijijijijijiji. Ja, thank you. Hier willst du also dein kleines Sanatorium errichten, wie? Achso, nee. Krematorium ist das, wo man verbrennt. Genau. Shanna, ist dir wirklich klar, worauf du dich da einlässt? Gegen die Seuche anzukämpfen wird viel schmerzhafter sein, als sich ihr einfach zu ergeben. Aber wie es scheint, steht dein Entschluss. Ich werde mich dir anschließen und tun, was ich kann, um ein Heilmittel für diese Krankheit zu finden. Mithilfe deiner Gabe, des Bauens und meines Kräuterwissens können wir in dieser Epidemie womöglich einen Riegel vorschieben. Los jetzt, Herr Bauerin. Ich will dir zeigen, wie man einen Kräuterkessel herstellt. Den werden wir brauchen, um unsere Arzneien zu fertigen. Shanna rettet Gerontius. Gerontius, Gerontius, was weiß ich. Kräuterkessel, Fertigungsstation. Ein blubberndes Becken zum braun medizinisch wirksamer Substanzen. Kann dazu benutzt werden, Arzneien und andere Gegenstände herzustellen. Bonuspunkte, Entschuldigung, plus 150. So, Quests ohne Ende. Äh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weitermachen will. Wir, für uns selber, nehmen wir jetzt natürlich erstmal ein. Ähm, ja. Herstellen müssen wir den ja sowieso dann. Kräuterkessel. Achtmal Erde? Okay. Fünfmal Tonerde, einmal blauer Glibber. Ja, werden wir wahrscheinlich demnächst brauchen. Bauen wir direkt mal. Shanna stellt einen Kräuterkessel her. Prämiere. Oh! Oh mein Gott. Ich muss mich schnell um die Olle kümmern. Äh, was gehört hier? Da, du gehörst hier auch noch rein. Die weißen Mühle, zack, zack. Und jetzt, guck, ey, Alter, Leute, guck mal, wie schnell das bitte ging. Wie schnell wir eins, zwei, drei, vier, wie schnell wir einfach vier Leute bekommen haben. Ähm, ich muss hier bald mal ausweiten. Ich muss bald ausweiten, leider Gottes. Ich brauche mehr Platz. Ich brauche mehr Betten. Ich brauche mehr Räume. Ich muss... Das ist so ein Typ, mit dem will keiner in einem Raum schlafen. Der kriege ich natürlich als erstes ein Privatzimmer. Ich kann noch gar keinen... Ich kann noch gar keinen... Ähm... Dafür brauche ich die Farbe. Und Holz habe ich auch nicht. Naja, gut. Dann... Erstmal kein Privatzimmer. Wo ist denn der Typ? Äh, ja, der Typ. Natürlich. Ne, die Quest nehmen wir in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Das haben wir ja immer so gehandhabt. Ich nehme jetzt nicht die zwei Questen an. Die Quest nehmen wir uns auf. Ich mache jetzt nämlich erstmal Schluss. Wir haben jetzt drei Folgen aufgenommen. Das ist erstmal wieder gut. Ich bin aber auch wieder voll drin. Das Spiel macht auf jeden Fall immer noch mega Laune. Das ist sehr schön. Ich... Ich werde jetzt auch nichts irgendwie abseits der Aufnahme oder so machen. Weil bisher, es ist ja schon alles schön hier. Wir werden logischerweise... Einmal, wir können ja hier... Ja, wir können hier schlafen. Kein Problem. Neben dem Kranken, dass die Pest schön auf uns übergehen möge. Dankeschön. Danke, Naoya, für dein Mitgefühl. Oh, im frischen Wasser gebadet. Doch, die Säulen finde ich in Ordnung. Die sind schön. Das heißt, wahrscheinlich kriegen wir von ihr die Quest, den Typen zu finden. Wahrscheinlich kriegen wir von ihm die Quest, den Kräuterraum zu bauen. Und danach müssen wir den heilen. Und dann sind wir wieder Pari. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall das machen. Die zwei Quests annehmen. Kira oder Kari oder Kina heilen. Und dann bauen wir hier die Schmiede. Das Schmiededing und so. Das kommt... Oh, ich sehe jetzt schon. Ich kriege schon wieder Platzprobleme. Oder wir bauen hier einfach eine Schlafetage drüber. Ach, das wird eh alles noch tausendmal umgebaut. Wir bauen hier irgendwie... Hier bauen wir in der nächsten Folge so ein Haus, so ein Schlafding hin. Und die Schmiede, die kann ja auch dann dahinter. Die kann ja hier so lang gehen, die Schmiede, ne? Aber richtig lang halt. Und dann kommt hier die Tür zur Schmiede. Und hier halt die Tür zu dem Wohnhaus, was hier noch hinkommt. Und genau, so machen wir das. So machen wir das. Wir sind auf jeden Fall erstmal sieben Tage dabei. Wir haben den Wirbelschützer. Wir sind super gerüstet. Hier ist alles schön. Wir müssen mal ganz kurz... Äh... Ablegen, ablegen. Ausrüsten, ausrüsten. Damit das alles richtig sortiert ist. Gegenstände ist hier alles schön. Wir haben den Kessel schon bei uns. Wir können hier Kisten platzieren. Wir sind Siedlungsschufe 1 immer noch. Uns fehlt noch ein bisschen was. Ich glaube... Ich glaube, wir brauchen in Rimulda sogar mehr. Um in der Stufe zu steigen. Na gut. Wie dem auch sei. Wir speichern einmal. Und dann, meine lieben Freunde. Bedanke ich mich, dass ihr auch nach ein oder zwei Wochen, in der ich Dragon Quest Bilders ausgesetzt habe, trotzdem wieder eingeschaltet habt. Äh... Ich bin... Ich... Ich darf nicht so lange aufnehmen. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ähm... Und ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht es gut. Haut euch wieder aufs Ohr. Und ciao, ciao. Ciao, tschüss. Shana verabschiedet sich. Ciao, Li. Tschüss.